Jeden Tag kommen neue Besitzgegenstände auf diesen Markt. Das ist ein sehr interessanter Bereich und ich finde es faszinierend, wie er sich weiterentwickelt. Mona, was versteht man unter dem Begriff Blockchain? Ich würde sagen, dass dies eine Technologie zur Registerzuordnung ist. Die Blockchain ist eine Art Datenbank, die Informationen enthält, und zwar über alle durchgeführten Transaktionen und zwar von jedem einzelnen Teilnehmer. Durch Veränderungen erneuert sich dieses System automatisch. Es ist das gleiche wie eine Registerzuordnung, mit einer Ausnahme und zwar, dass die dezentralisierte Blockchain das Register ist, zu dem jeder einzelne Teilnehmer Zugriff hat. Alle Daten können auf den Computer heruntergeladen werden. Manipulationen sind praktisch unmöglich. Gefälschte Daten kann man im Nachhinein nicht mehr verändern. Jeder wird wissen, dass sie Daten gefälscht haben, da alle Teilnehmer Zugriff zum System haben. Dieses System ist sehr sicher, was das Speichern von Daten angeht. Für die Durchführung einer Transaktion muss die Mehrheit der Systemteilnehmer, also mindestens 51 Prozent, zustimmen. Aus diesem Grund wird ihre zukünftige Teilnahme nicht von einem zentralen Organ bestimmt, sondern von der Mehrheit der Systemteilnehmer. Ich weiß, dass Sie die Technologien des Unternehmens Mellonport einsetzen. Erzählen Sie bitte mehr. Mellonport ist ein Start-up und die Blockchain bietet hier sehr viele Möglichkeiten. Das Thema Sicherheit ist sehr wichtig. Diesen Begriff muss man in diesem Fall aber aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Es ist eine Art Speicherung von Mitteln, und zwar in einer zentralen Datenbank. Das bedeutet, dass Sie Ihre Kryptomittel in der Blockchain anlegen. Alle Transaktionen und Codes werden überprüft. Unsere Plattform heißt Ethereum Blockchain. Das ist eine völlig dezentrale Blockchain. Diese Plattform setzen wir zur Kontrolle aller Aktives ein. Mit welchen Vermögensgegenständen wird man auf dieser Plattform handeln? Wir wollen, dass man auf dieser Plattform mit Kryptoaktivas handeln kann. Dieser Markt ist sehr interessant. Ich finde es erstaunlich, wie schnell er sich entwickelt. In den vergangenen Monaten hat sich die Anzahl der Vermögensgegenstände stark vergrößert. Heute gibt es einige Dutzende neue Krypto-Vermögensgegenstände, welche aktiv gehandelt werden. Die Liquidität dieser Aktives wächst genauso schnell. Können Sie ein paar aktuelle Kryptoaktivas nennen? Auf der Blockchain-Plattform kann man mit einigen, mehreren Krypto-Vermögenswerten handeln. Die bekannteste Form ist natürlich die Kryptowährung. Der Preis einiger Vermögenswerte ist rein symbolisch. Sie können also mitwirken und Dividenden einholen. Sie können aber Ihre Teilnahme auch in einer anderen Form rückerstatten lassen. Einige Teilnehmer setzen als Kaution reelle Vermögenswerte ein. Das Unternehmen Digist ist ein perfektes Beispiel. In diesem Fall tritt die Blockchain als Garant für das Gold ein. Jeden Tag kommen neue Vermögensgegenstände auf diesen Markt. Es ist ein sehr interessanter Bereich und ich finde es faszinierend, wie er sich entwickelt. Auf welchen Wert schätzt man den Krypto-Bereich ein? Diese Klasse ist sehr volatil. Momentan schätzt man diesen Bereich auf rund 12 Milliarden Dollar ein. Während dieser Wert im Jahr 2009 praktisch bei Null lag. Können Sie sich vorstellen, wie schnell sich dieser Bereich entwickelt? Warum will Mellonport nicht mit einem gewöhnlichen Fundportfolio arbeiten? Der Start eines Fundportfolios ist sehr zeitaufwendig. So ein Portfolio erfordert sehr viel Einsatz und sehr viel bürokratisches Wissen. Dieser Prozess ist sehr zeit- und kostenaufwendig. Der Service von Mellonport ist sehr simpel, während die Kosten minimal sind. Man kann alles machen, was man auch mit einem gewöhnlichen Fund machen kann. Können Sie Mellonport mit drei einfachen Worten beschreiben? Ja, das erste Wort ist die Transparenz. Das Protokoll, welches wir heute ausarbeiten, wird über einen für jedermann zugänglichen Open-Source-Code verfügen. Wir werden mit internationalen Entwicklern zusammenarbeiten. Nur so werden wir unser Internetprotokoll richtig realisieren können. Die Aktivität unserer Entwickler ist ausschlaggebend. Das zweite Schlagwort ist die Konkurrenzfähigkeit. Wir sind bereit, alle Barrieren zu beseitigen, damit wirklich jeder einen Zugriff bekommt. Und das dritte Schlagwort heißt Dezentralisation, und zwar der Sicherheit. Während das Vertrauen in diesem Fall immer noch eine sehr große Rolle spielt, vor allem, was die Sicherheits-Codes angeht. Den Begriff Sicherheit muss man in diesem Zusammenhang aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Es ist etwas ganz anderes, als wenn man seine Transaktionen einem Kontrahenten oder einer zentralen Datenbank anvertraut. In diesem Fall übergeben Sie Ihre Codes an die Blockchain. Diese Art von Vertrauen ist etwas ganz anderes. Ich bedanke mich für dieses Interview. Es war wirklich sehr interessant. Ich bedanke mich für die Einladung. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Liken und kommentieren Sie dieses Interview bei ducascopy.tv. Bis bald. Bis bald.